Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute, oh mein Gott Leute, heute ist es wieder ganz komisch Leute, denn Leute, wir sind wieder in EAFC24 Leute, aber Leute, wir spielen heute nicht irgendwas anderes Leute, wir spielen heute das Champions League Finale. Ja Leute, die sich jetzt fragen, was geht jetzt bei dir ab, Leute, ich mache meine Prediction, wer in dieses Halbfinale kommen wird, äh, Halbfinale, in das Finale reinkommen wird, ähm, ja Leute, ich werde dann eine davon Mannschaften spielen Leute, und dann gucken wir, wer gewinnt Leute, und ähm, ja Leute, heute ist eh was komisch, Alter, was, warum ist mein Mikrofon auch gerade so Leute? Ich blick's auch nicht, Alter, aber Leute, ähm, meine Prediction ist Real Madrid und Manchester City ins Finale kommt, schreibt mir eure Kommentare, äh, schreibt mir eure, äh, Prediction in die Kommentare, und ähm, war Leute, ja, mehr wollte ich einfach nicht sagen, let's go, oder gar? Okay Leute, ich habe jetzt alles gemacht, Leute, und wir gehen rein ins Spiel, let's go, Digga. Okay Leute, wir sind drinnen, Leute, im Finale, Leute, ähm, okay Leute, Real Madrid gegen Manchester United, ähm, das ist so die Welt, ähm, und heute wird's wieder Kreis des Krog, Junge, ähm, ja, Digga, direkt bei verloren, Digga, aber das ist nicht gut, Digga, nicht gut, Digga, nicht gut, beginne Digga, jetzt, Rodrigo, aber Rodrigo verliert den Ball, das, Digga, ist doch gar nix, halt's Maul, Alter, du Wichser, Junge. Oh, 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 Vinicius, Vinicius hat den Ball, und er, er passt ihn zu Rodrigo, und Rodrigo macht ihn rein, die Nummer 11 macht ihn rein, geil, ja man Digga, geil Digga, geil. Ok Leute, und es steht 1 zu 0 für Real Madrid. Kamacal eigentlich laufen, aber Kamacal kommt nicht mehr am Ball. Jetzt Rodrigo nochmal und faul! Oh fuck, das ist ja eine rote gesucht. Leute, ich hab rot! Was mach, Alter? Warum hab ich rot? Ein Bellingham, der Stürmer macht's, Alter. Dicke, rot! Ihr treibt eure Lage, sorry Bro, Dicke. Abseits, Bietz-Dunge. Bang, Junge. Bielisch und... Dicke. Und, let's go! Dicke, es war kein Abschluss! Schreibt's mir in die Kommentare, wie ihr das so findet mit dem Mikrofon. Ob ich das so öfters Videos machen soll, oder... Komm mit Shit, Dicke. Eigentlich fühl ich's aber auch irgendwie gar nicht, Dicke. Wenn ich's hier im Ernst. Dicke, weil wir haltet, du kleiner Wichser, Junge! Dicke, weil wir haltet, du kleiner Wichser, Junge! Dicke, du kleiner, dreckiger Wichser, Junge! Dicke, du kleiner, dreckiger Wichser, Junge! Dicke, du kleiner,ени, gener. Dicke, du kleiner, mein schwanz, Alter! Was mache ich da, ey? Was mache ich da, Junge? Los, 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 rennen. Brinnen! Ich hör's euch! Drecks FIFA, Junge. Digga, ich bin im Argerüft, Digga. Sorry, Digga. Schreib's mir erst mal ab, Digga. Kack, Digga. Also, was ausgepresst, Digga. Oh, Mann, Digga. Digga, verpiss ich doch, wie Lizius. Ich hör's mir nicht mit, ey. Lek- 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 Rek- Waaaaaah! Walwerde, Digga. Walwerde. Die geile Sau, Junge. Die geile Decksau, Junge. Die geile Decksau, Junge. Oh, mein Gott, Digga. Was soll die geile Decksau, Junge? Beats! 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 Digga, was, ein Partner, der geht so gut. Halt's den Maul. Warte, habe ich noch eine Route? Bitte sag nein. Ich bin ein bisschen überzeugt. Ich bin ein bisschen überzeugt. Ich bin ein bisschen überzeugt. Belegan! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du geile Sau! Du dreckiger Geile! Du geil, ey! Du geile Sau! Du geile Sau! Du geile Sau! Es gibt's doch nichts! Alter, so ein Dachsding! Denk hat direkt in seinen Füßen. Ist mich eigentlich gerade verarscht, Alter. Da aber immer so schnellt der Show zu reden. Getell michероin. Jetzt machen wir noch von einem differenten Gang. Aber noch nehmen die Mann zurück! Die Mann zurückfällt nunzaunen. Das impressive ist, dass große St связzig sein kann. Ich bin wunderbar. Überrasch hope es geht, offen zu einmal. Was ist das? Was ist das? Digga, legt meine Eier. Legt sie. Schü, schü, schü. Legt meine Scheiße, Digga. Ich hab noch nie so einen schlechten Typ gesehen, Digga. Digga, er spielt, Digga. Schu, ich spiel, Alter, gegen Fakim Profi, du. Jetzt bin ich mit Schlitzermobil, Digga. Jetzt ist es mit sich heim. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Du geile Deck-Sau, Junge. Du geile Deck-Sau, Digga. Bellingham, Digga. Bellingham, Digga. Du geile Sau, Junge. Geile Scheiß-Sau, Digga. Digga, ich liebe diesen Typ jetzt schon, Digga. Geile Deck-Sau, Junge. Sau, ein bisschen sauer. Ditziger, buntiger, Lutschmann. Dick, Digga. Ditziger. Und jetzt. Das kommt krasser, Digga. Okay, Digga. Zweite. Bellingham. Halte. Oh. Digga, ich will den nicht gönnen. Lauf, 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 Lauf. Bitte, Digga. Bitte. Halt doch bitte früher ab. Ja, Digga, brauchst du mich nicht zeigen, Mann. Die steckten ihr Schwanz durch, Digga. Die geile Säcke, Junge. Und sogar ihr Schwanz aus Spielsätzen gewinnen. Digga. Holy moly, Digga. Ich bin richtig aktiv, Junge. Oh. Ich bin richtig aktiv, Junge. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.